Ja, ich habe mir die Maischberger die Woche von gestern sozusagen angeschaut und möchte heute versuchen, angesichts des Tagesthemas auch eben mal diese Gräben deutlich zu machen und auch die ganzen Corona-nachdenklichen Menschen bitten, wieder in die Gesellschaft reinzukommen durch einen Verschwörungstheorienstopp sozusagen. Denn so eine Spaltung der Gesellschaft führt zu nichts sozusagen und dabei ist es so leicht, wieder sozusagen an einen Tisch eventuell zu kommen. Schluck Wasser. Aber vorab erst einmal sozusagen die Kurznachrichten. Ja, also erst einmal bei Maischberger war wieder so dieser Dialog, dass Palmer, Boris Palmer, Tübinger Oberbürgermeister von den Grünen, Karl Lauterbach von der SPD den Vorwurf macht, oder machte Vorwurf, Lauterbach mache den Menschen zu viel Angst. Ja, das sehe ich auch so, aber er macht ihnen eben genau die Angst, die er selber im Kopf hat. Ja, ich habe es ja gestern geschildert oder ich habe es ja überhaupt geschildert, genau genommen, glaubt der Mainstream der Pharmaindustrie und der Medizinindustrie, und Lauterbach gehört ja zum Mainstream der Medizinindustrie, glaubt tatsächlich, dass in Corona in Deutschland das Potenzial hat, 800.000 Menschen zu töten und dass nur durch die tollen Maßnahmen der Bundesregierung es gelungen sei, diese 800.000 zu verhindern und auf 10.000 bis jetzt zu beschränken. Aber die Mainstream der Pharmaindustrie hat jeden Tag diese Angst, dass die anderen 790.000 jederzeit noch kommen könnten. Und aus dieser Angst heraus ist dann alles weitere logisch. Also ist jeder Vorwurf, dass da also böse Absichten wären und so weiter, ist unberechtigt. Ja, Menschen, die sich irren, sind gefährlich. Also dieser Glaube, Drosten und Bundeskanzler Kurz haben ja uns Zahlen gegeben, womit sie rechnen, wenn man nicht einen riesigen Lockdown macht. Sie rechnen eben mit ca. 800.000 Toten für Deutschland, mit ca. 100.000 Toten für Österreich und sagen jetzt, ja, wir haben gute Arbeit gemacht, wir haben es geschafft, dass diese Zahlen bisher nicht erreicht wurden, aber diese Zahlen können jederzeit noch kommen. Und das wäre dann schon wirklich nennenswert, also wenn in einem Jahr 940.000 Menschen in Deutschland ganz normal sterben und dann wirklich 800.000 zum Beispiel innerhalb eines Jahres dazukämen, das wäre schon etwas, wo man sagen kann, da kann man wirklich über Maßnahmen nachdenken, weil das wäre dann wirklich schon eine richtige große Zahl. Aber der Irrtum liegt darin, dass dabei nicht geguckt wird auf Schweden und auf Weißrussland. Und dass dort also, wo das Virus völlig freie Bahn hatte, in Schweden über die kleinen Schulkinder bis zur 9. Klasse, jeden anderen Menschen der Gesellschaft zu erreichen, dass statt der dort zu erwartenden 130.000 bis 100.000, also sagen wir mal 120.000, der dort zu erwartenden oder prognostizierten 120.000 Toten in Schweden gerade mal 6000 angebliche vermeintliche Corona-Tote sozusagen vorliegen. Und das würde bedeuten, dass die Tötungswirkung quasi nur ein Zwanzigstel dessen ist, was Drosten und Professor Drosten, Lauterbach und Wieler und Bundeskanzler Kurz denken. Und das ist genau das Dilemma, in dem wir stehen. Bitte wieder unten rechts das Zahnrädchen anklicken und schneller drehen, die Geschwindigkeit schneller stellen, weil ich ja so langsam spreche. Ja, das heißt also, da dürfte eine Gefährlichkeitsüberschätzung vorliegen. Also eigentlich müssten Lauterbach, Drosten, Bundeskanzler Kurz uns allen jeden Tag versuchen zu erklären, warum in Schweden nicht 120.000 Corona-Tote vorliegen, wie befürchtet, wie bei der Gefährlichkeitseinschätzung zu erwarten gewesen wäre, sondern nur 6.000, also ein Zwanzigstel. Und dann müssten Sie erklären, warum trotz aller journalistischen Versuche es in Weißrussland und in Schweden nicht gelungen ist, ganze Armeen von Zeugen vor die Kamera zu bekommen, die alle nur einen Satz sagen. Verglichen mit den Vorjahren sind in diesem Jahr in meinem Bekanntenkreis viel, viel mehr Menschen gestorben als sonst. Weil das würde doch jeden Zweifler überzeugen, dass da wirklich was Gefährliches ist. Aber genau diese beiden Dinge werden nicht getan und werden nicht thematisiert. Also warum in Schweden statt 120.000 Toten nur 6.000 Tote? Warum in Weißrussland und Schweden keine Massen an Zeugen, die sagen, in diesem Jahr sterben in meinem Bekanntenkreis viel, viel mehr Menschen als in den früheren Jahren, verglichen mit den Einzelnen im letzten Jahr, mit dem vorletzten Jahr und so weiter. Gut, und warum, woher kommt sozusagen dann dieser Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum? Also das ist das Einzige. Also, ja gut, komme ich gleich zu. Der kommt natürlich hierher, das habe ich schon tausendmal beschrieben hier. Hier ist also der erste Früharzt und Frühhändler der Evolution und der sagt, toll, dass ihr euch so naturbelassen ernährt und naturbelassen lebt, einen natürlichen, liebevollen Lebensstil habt. Da habt ihr starke Immunsysteme, da braucht ihr euch um irgendwelche vermeintlichen Krankheitsursachen gar nicht zu kümmern. Und hier ist dann nach dem Naturgesetz von Mutationen und Selektion der erste Früharzt und Händler der Evolution, der sagt, nein, also ihr könnt ruhig das denaturierte Zeug auch essen, das ist ja auch viel billiger und so weiter und schmeckt ja auch genauso gut mit all den künstlichen Herstellungstechniken und so weiter. Dann werden die Leute, essen sich krank. Er hat stauernd Kundschaft, die ihm Behandlungen abkauft und kann lauter Behandlungen verkaufen, Impfung, Tests und so weiter später. Und dann kann er zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und es entsteht eine riesige Dynastie sozusagen aus Drosten und er wird zum Vorfahre der heutigen Drosten, Wieler, Lauterbach und so weiter und der Supermarktkonzerne und so weiter und kann letztendlich den hier im Wesentlichen auskurieren. Der muss nicht um jeden Preis aussterben, hier in der dritten Generation gezeigt aussterben, aber er wird immer unter einem starken Druck stehen, weil er, was soll er verdienen als Früharzt, ja? Wenn die Leute alle seinem Rat folgen und kerngesund bleiben, kann er nichts verdienen. Also das heißt, dieser Irrtum erweist sich als vorteilbringende Irrtum und diese vorteilerbringenden Irrtümer breiten sich mit seinem Erfolg, auch mit seinem Fortpflanzungserfolg über die ganze Welt aus und führen zu einer Gehirnwäsche, in der die Menschheit sich denkt, sie würde sich gesund ernähren, in Wirklichkeit ernähren sie sich alle krankmachend, sozusagen, ja? Und daher kommt dann aber auch, sozusagen, und jetzt machen wir noch die entscheidenden, entscheidenden Irrtum, jetzt kommt hier noch irgendwann der Irrtum dazu, dass er sagt, ja, also nein, mittlerweile, da gibt es so kleine Tierchen, wir können sie noch nicht genau sehen, ja, wir sind ja, damals gab es ja wahrscheinlich auch noch keine Mikroskope, aber die sind wohl ganz mächtige Krankheitserreger und diese kleinen winzigen Dinge, später dann Viren, Bakterien und ähnliche Dinge, ja, damals konnte man mit bloßem Auge, kann man wahrscheinlich nur, ja, nur ganz wenige dieser winzigen Tierchen überhaupt irgendwie noch erkennen, aber die sind allmächtig und die haben so eine große Kraft und die sind eigentlich die Krankheitsursache, also nicht das Krankmachen, nicht das denaturierte Essen macht euch krank, sondern diese winzigen Tierchen und weil die so viel Kraft haben. Und dann lernt also jeder Medizinstudent in seiner Ausbildung, dass diese kleinen Dinger totale Kraft hätten und daraus resultiert dann die Einschätzung, dass in Deutschland, dass dieses kleine Ding die Kraft hätte, in Deutschland 800.000 Menschen zu töten, in Schweden 120.000 Menschen zu töten und daher neigt die Medizinindustrie generell zu einer tendenziellen Gefährlichkeitsüberschätzung, besonders bei Viren, Bakterien und ähnlichen Dingen, ja. Und das ist der tiefe Grund, warum sich jetzt also, warum sich diese Leute alle irren, ja. So. Dann, bevor ich an dieser Stelle weitermache, dann auch auf das Tagesthema noch mal richtig eingehe. Noch einmal eine Kurzmeldung. Vielleicht sollten wir vorübergehend die GEZ erhöhen, also die Rundfunkgebühren, wie es wohl heißt, erhöhen, obwohl ja viele, die sie im Moment gar nicht bezahlen wollen, ja. Vielleicht müssen wir die vorübergehend erhöhen, paradoxerweise, damit wir sie absolut werbefrei machen können, also, weil dann fallen ja riesige Gelder weg, also die müssen wir ja durch erhöhte Gebühren ausgleichen, damit wir sie absolut werbefrei machen. Und dann können wir nämlich, kann der Auftrag, der politische Auftrag ergehen, dass 51 Prozent, also neue Journalisten, also quasi das noch mal, dass wir mal vorübergehend doppelt so viele Journalisten, also noch mal so viele einstellen, wie jetzt schon da sind und sogar einen Tick mehr, damit die die Oberhand haben. Und all die Journalisten, die eingestellt werden müssen, massive Kritiker der bisherigen Werbekunden sein. Denn es ist immer so, dass in der Evolution sich mit der Zeit immer nur die Journalisten Karriere machen, die sowieso die gleiche Meinung haben, wie die Werbekunden. Sonst kommt es immer wieder zu Konflikten, die dazu führen, dass solche Journalisten ihren Job verlieren in irgendeiner Weise, ja. Stellen Sie sich vor, Sie haben als Hauptwerbekunde einen Schokoladenhersteller und machen einen journalistischen Artikel nach dem anderen über die gesundheitliche Bedenklichkeit von Schokolade und die Schäden, die daraus resultieren, ja. Das beißt sich, ja. Und deswegen unterliegt der gesamte Journalismus, solange er nicht werbefrei ist und überall, wo er nicht werbefrei ist, unterlag der Journalismus der letzten Jahrhunderte einem Selektionsprozess, wo letztendlich immer nur die Journalisten übrig blieben, die sowieso von vornherein die gleiche Meinung hatten, wie die Werbekunden, sodass es sich nicht beißt. Dadurch haben wir in den öffentlich-rechtlichen Fernsehmedien sozusagen jetzt viel, also ein absolutes Übergewicht an Journalisten, die die gleiche Meinung haben, wie die Werbekunden. Und daraus resultiert diese, die Tatsache, dass sie genauso denken wie die Pharmaindustrie und Medizinindustrie, wegen derer vieler Werbespots, ja. Und jetzt brauchen wir also nochmal genauso viele Journalisten und noch ein paar mehr, die totale Kritiker der bisherigen Werbekunden sind, sodass dann wieder ein ausgeglichenes Verhältnis entsteht und da dann ja die GEZ werbefrei ist. Ja, das heißt, wir müssen also wirklich mal in den sauren Apfelbeißen vorübergehend, die GEZ gewaltig zu erhöhen, ja. Und dann, wenn, wenn dann wieder wirklich, es sich um wirklich öffentlich-rechtliche Medien handelt, wobei wir sie eigentlich ja auch noch von den Parteien natürlich unabhängig machen müssten, aber das machen wir ja mit der Wohlfühlstimme, ja. Auf jeden Fall. Und dann können wir die Gebühren auch wieder nach und nach reduzieren, denn wenn welche in Rente gehen, also sozusagen, die eher die gleiche Meinung haben wie die früheren Werbekunden, wenn da welche in Rente gehen, dann brauchen wir ja diese Positionen auch nicht wieder zu besetzen und so weiter, weil wir letztendlich, ja, mit jedem, der in Rente geht, können wir das ganze System wieder runterschrumpfen, ja. Denn wir haben ja jetzt dann praktisch doppelt so viel Personal wie vorher, ja. und dann schrumpfen wir das Ganze wieder runter und dann können wir auch wieder auf die frühere, die frühere Gebühren, die frühere Gebührenzahlung zurück. Ja, und wie sorgen wir jetzt dafür, dass die Politik rauskommt aus den öffentlichen, also die, so haben wir die Industrie draußen aus den öffentlich-rechtlichen Medien, das ist doch schon mal, ja, und wie holen wir jetzt noch die, wie holen wir die Politik raus aus den öffentlich-rechtlichen Medien? Ja, das machen wir so. Ja, wenn wir hier ja, die Wohlfühlstimme einführen als neuen Rahmen, also wir haben hier ja freien Markt und freie Arbeitsteilung und wenn wir jetzt das beenden und die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftswunderdaten und viele andere Steuerelemente einführen und davon alle Verdienstzuschläge abhängig machen, dann wird das so sein, dass nicht nur die Ärzte nur noch Wahrheiten ihren Kunden sagen, weil sie an einer Gefährlichkeitsüberschätzung nichts mehr verdienen können, weil die Gefährlichkeitsüberschätzung schadet ja immer den Kunden und nutzt der Medizinindustrie, ja, und das hört sofort auf, weil alles, was dem Kunden schadet, reduziert, verschlechtert dessen Wohlfühlstimme und dann gibt es keine Verdienstzuschläge für diesen Arzt, also wird er immer, wir werden alle eine wahrheitsgerechte, eine wahrheitsorientierte Gesellschaft erleben, also quasi, es werden sich die vorteilbringenden Wahrheiten durchsetzen, während unter freiem Markt und freier Arbeitsteilung sich die vorteilbringenden Irrtümern, die zu unserem Schaden sind, durchgesetzt haben. Und dieser Wandel führt dann dazu, dass auch die Politik, ja, es ist dann, die Politik wird total interessiert an unserer Gesundheit und an unserem Wohlbefinden werden, werden. Dadurch macht es eigentlich auch nichts mehr, dass die Politik irgendwie in den Aufsichtsräten der Medien sitzt, weil die ja plötzlich sich wirklich für die Gesundheit und das Glück der Bürger interessieren, wirklich und tatsächlich gezwungenermaßen Und dadurch werden dann die öffentlich-rechtlichen Medien wahrscheinlich Talkshows machen, Demokratie-Pur-Talkshows, wo sie zum Beispiel Bürger mit Verbesserungsvorschlägen für die Gesellschaft, wo die, ja, wahrscheinlich durch den Bundeswahlleiter sozusagen Zugang zu diesen Sendungen bekommen und dann wird das Moderator so sein, wie wir das früher schon entwickelt haben, dass neun Leute drei Minuten bekommen, ihren Verbesserungsvorschlag für die Gesellschaft vorzustellen, dann wählen die Zuschauer und dann kriegen, was weiß ich, sechs Minuten, sechs Leute fünf Minuten oder sechs Minuten und danach wird nochmal gewählt und dann drei Leute neun Minuten ihren Verbesserungsvorschlag ausführlich da nochmal durchzudiskutieren und ja und dann gibt's wird einer gewählt zum Tagessieger sozusagen und dann wird dieser Verbesserungsvorschlag ganz direkt dann auch der Politik vorgestellt vielleicht und in einer ja oder vielleicht ist dann auch immer jemand aus der Politik anwesend von jeder Partei jemand und dann wird das vielleicht schon gleich mit der Politik durchdiskutiert und schon hat man eine interessante Sendung die am Ende der Mehrung von Wohlfühlen und Gesundheit und Langlebigkeit der Bürger dient und dann kriegen wir plötzlich ein richtiges öffentlich-rechtliches Fernsehen im Dienste der Bürger und dann kriegen wir überall Wahrheiten weil ja weil die Politik selbst die ja in den Aufsichtsräten der öffentlich-rechtlichen Medien sitzt weil die ein Interesse daran hat dass ihre Bürger zum Beispiel beim Regionalfernsehen WDR Fernsehen ja dass da wird die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen ein riesiges Interesse daran haben dass die Bürger bessere Wohlfühlstimmen abgeben und die Gesundheitsdaten besser werden und so weiter und auch die Wirtschaftsdaten die Wirtschaftswunderdaten von NRW besser werden also werden sie das Programm so machen dass also das öffentlich-rechtliche Fernsehen so voll von Wahrheiten und von Demokratie pur Sendungen und Demokratie Prozessen ist und Verbesserungsvorschlägen für die Gesellschaft ist dass also sozusagen letztendlich aus den öffentlich-rechtlichen Medien ein unheimlicher Schub in Richtung Wohlfühlen und Gesundheit für die Gesellschaft resultiert und dann dass die einzige Chance wie die Regierung von NRW nochmal wiedergewählt werden könnte weil sonst wenn die Wohlfühlstimmen sich nicht gut entwickeln dann würden diese Parteien ja bundesweit von niemanden mehr gewählt werden stellen sich vor in Bayern gehen die Wohlfühlstimmen nach oben in NRW gehen sie runter ja auch weil der WDR kein gutes öffentlich-rechtliches Demokratie pur Vorschlagswesen Programm macht sozusagen innerbetriebliches Vorschlagswesens Programm macht keine interessanten Demokratie pur Talkshows hat und so weiter ja dann wird doch kein Mensch mehr wenn man dann sieht dass also in NRW die Parteien die dort an der Regierung sind die schlechtesten Wohlfühlstimmen Entwicklungen produziert haben dann wird kein Mensch in Deutschland mehr egal wo in welchem Bundesland diese Parteien nochmal wählen also werden sich alle Politiker total anstrengen dass die Medien die öffentlich-rechtlichen Medien und ihre Regierungsarbeit das Wohlfühlen der Bürger bestmöglich verbessert und damit haben wir alle Probleme gelöst was jetzt Medien und so weiter anbetrifft ja und dann müssen wir jetzt nochmal zum Tagesthema zurück das habe ich jetzt gemacht so also deswegen noch einmal die Aussage ich habe es ja vorhin schon gesagt alle irren sich nur ja die wer über Corona nachdenklich ist wird nicht nicht in erster Linie deswegen so als die rechte Ecke abgetan oder so weil er nachdenklich ist bei Corona sondern weil er dann sagt ja also das Ganze schadet uns das Ganze mit Corona schadet uns und wenn etwas schlecht läuft wenn die gesamte Gesellschaft schlecht läuft dann kann das doch nur dadurch gehen dass da böse Menschen eben das Ganze schlecht machen oder Schlechtes tun und das ist der große Irrtum ja also das ist so das ja das ist so auch in der Menschheitsevolution ja früher war es eben so dass man dachte hinter Blitz und Donner da stecken irgendwelche gerade böse oder zürnende Götter oder sowas immer immer die Idee da stecken irgendwie so böse menschenähnliche Dinger dahinter ja das ist so Art Animismus und leider neigten viele Menschen immer noch dazu immer zu denken wenn etwas böse läuft oder schlecht läuft dann müssen irgendwie böse menschenähnliche Dinger dahinter stecken die Reptiloiden sind quasi letztendlich das was früher diese die die zürnenden Götter für Blitz und Donner oder so waren oder so ja oder für Unwetter oder für was auch immer waren heute wissen wir dass es einfach ein System ist das ist ein wie sagt man ein ja ein atmosphärische Systeme sind und dass da keine bösen menschenähnlichen Dinger dahinter stecken ja aber sobald in der Gesellschaft was schief geht oder schlecht läuft dann denkt man immer noch da sind ist irgendwas menschenähnliches böse böse Menschen da irgendwie dahinter und das sollte man wirklich ein für allemal beenden nein es ist nicht so hier es ist das System das das böse System freier Markt und freie Arbeitsteilung führen dazu dass sich vorteilbringende Irrtümer massenhaft ausbreiten zwangsläufig und unser Leben zerstören ja und deswegen also jetzt noch einmal hier auch zu deswegen also der Gruß an Bodo Schiffmann die Partei Wir 2020 Attila Hildmann Xavier Naidoo Nein da steckt keine böse menschenähnliche Instanz namens Satan oder so dahinter kein Gott kein Donnergott kein Blitzgott kein Unwettergott kein Satan nichts gar nichts sondern das ist genauso wie es beim Unwetter das atmosphärische System ist ist es hier das System freier Markt und freie Arbeitsteilung für das Dr. Markus Krall zum Beispiel in Reinform steht ja das ist eigentlich es ist nur ein System das alles Böse auf der Erde erzeugt also auch die Gefährlichkeits Überschätzung bei Corona und alle daraus zwangsläufig resultierenden schädlichen Folgen ich mache es nochmal deutlich der Mainstream der Professor Lauterbach der der äußert seine ungeheuerlichen Äußerungen genau deswegen weil er überzeugt ist dass wenn wir nur ein bisschen im Lockdown nachlassen dass wir dann bald hier 800.000 Tote zu verzeichnen haben dass wir also von 10.000 Toten auf 800.000 Tote klettern ja das glaubt er wirklich ja da ist kein böses Verschwörungsgeschehen dahinter ja sondern das glaubt er wirklich ja und und ich mache nochmal deutlich so ich habe ja schon oft erklärt lieber Markus Dr. Markus Krall wie der freie Markt und die freie Arbeitsteilung dazu führt dass der erste Waffenhändler der Evolution den Krieg schürt das habe ich ja tausendmal erklärt wir haben ja hier 600 Sendungen vorliegen sechs Homepages da ist das ja tausendmal erklärt ich kann nicht immer alles wiederholen so und jetzt aber erkläre ich mal wie auch der normale Konsumhändler sozusagen sagen durch Irrtümer die letztendlich die Leute anstacheln zur Aggressivität profitiert ja also hier haben wir zum Beispiel einen Frühhändler der lebt in der Wahrheit und der ist immer wie gesagt vom wirtschaftlichen Aussterben bedroht zumindest ne warum weil er ja eben nicht Geschichten erzählt die seinen Absatz vergrößern sozusagen seinen Umsatz vergrößern seinen Verkaufserfolg vergrößern er erzählt nämlich die Wahrheit und er sagt ja Leute ihr solltet auf keinen Fall miteinander streiten setzt euch an den Tisch nehmt eine Redezeituhr eine Sanduhr oder irgendwas also irgendein Zeitgeber und hört einander sagt der erst sagt der eine seinen Vorwurf an den anderen und so lange hört er zu die die Zeiteinheit und dann darf der andere seinen Vorwurf an den anderen formulieren und dann könnte ja ein Mediator noch dazu sein ein dritter dabei sein und der dann sagt ja hoppla jetzt prüfen wir doch mal sind denn die Vorwürfe berechtigt welche Beweise haben wir denn dafür dass diese Vorwürfe eine Grundlage haben dass die berechtigt sind oder stellt sich heraus welche Teile dieser Vorwürfe sind eventuell unberechtigt und streiten sich anschreien aggressiv werden und so weiter bringt nie etwas das bringt immer nur am Ende blutige Nasen und das bringt überhaupt nichts ja und dann wie gesagt wenn dann klar ist welche Anteile von welchen Vorwürfen unberechtigt sind welche berechtigt sind und so weiter dann schließt man zusammen mit dem Mediator wird ein neuer Vertrag geschlossen das wie man in Zukunft miteinander glücklich miteinander leben und kooperieren kann sozusagen aber dieser hier der nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion zwangsläufig auftauchende sich irrende Frühhändler der sagt was ganz anderes der erzählt Geschichten ständig Geschichten davon wie Leute wie Leute sich anschreien wie Leute sich prügeln und wie Leute richtig aggressiv miteinander umgehen gar nicht zuhören immer davon ausgehen dass immer gleich der andere schuld ist und sich nie fragen ob sie nicht selber auch im Irrtum sein könnten und so weiter und dadurch gewöhnen sich die Leute über das Vorbild solcher Geschichten gewöhnen sich daran dass das normales Verhalten sei und übernehmen das in ihr Verhaltensrepertoire weil der Mensch ist sozusagen das Nachahmungstier der Evolution schlechthin das Tier mit der maximalen Nachahmungstendenz und dadurch passiert jetzt Folgendes seine Kunden streiten sich auch immer öfter werden immer öfter gestresst und kaufen dann irgendwas zu essen um sich zu beruhigen vielleicht heutzutage würde man sagen viel Schokolade viel Alkohol viel Zigaretten kaufen sie ihm ab damals gab es bestimmt Vorläufer davon also und trösten sich über zu viel Essen und zu viel Trinken und so weiter dadurch macht der Riesengeschäft also je aggressiver die Menschen miteinander umgehen je weniger die Nachbarn mit den Nachbarn auskommen und je mehr die Nachbarn Streit miteinander haben desto mehr kann der hier verkaufen kann zwei Kinder drei Enkel zwei Urenkel ernähren und wird der Vorfahre der modernen Aldi, Lidl, Rewe Alnatura, Basics und so weiter merkte und und uns überall breitet sich sein vorteilbringender Irrtum aus mit dem Erfolg dieser Großunternehmen nämlich dass dieses aggressive sich beleidigen beschimpfen verleumden und so weiter und dem anderen Verschwörungsabsichten unterstellen und dem anderen böse Absichten unterstellen also all das wird quasi zum normalen Kommunikationsstil gerade weil es den Menschen schadet und deren Konsumsucht Tendenzen vergrößert also sozusagen lieber Dr. Markus Krall also freier Markt freie Arbeitsteilung führt also zwangsläufig zu einer Erhöhung der Aggressivität in der Gesellschaft und dann liegt es eben auch nahe dass die Leute sagen nicht sagen ja hoppla Drosten scheint sich zu irren sondern sagen ah nee der Drosten und der Bill Gates und die die haben sich irgendwie vermeintlich verschworen und irgendwie haben die böse Absichten und einen bösen Plan und so weiter und wollen uns allen Schaden zufügen und wollen auf unsere Kosten noch reicher werden und so weiter ja und schon sind wir in diesem aggressiven Kommunikationsstil den ich eben erwähnt habe ja und das müssen wir alles durchschauen und wenn wir das durchschauen sagen wir wir sprechen nur noch über Irrtümer also das heißt nur noch ja da liegt möglich lieber Herr Professor Drosten da liegt möglicherweise ein Gefährlichkeits Überschätzungs Irrtum vor dafür können sie nichts weil sie sind sozialisiert in der unter Bedingungen des freien Marktes und der Arbeitsteilung und da setzen sich Gefährlichkeits Überschätzungs Irrtümer erweisen sich als vorteilbringende Irrtümer weil man dann immer mehr verkaufen kann als andere und dadurch wurde in ihrer Sozialisation wurden seit Jahrhunderten Medizinstudenten unterrichtet mit einer Tendenz zur Gefährlichkeits Überschätzung in allen möglichen Bereichen besonders bei Viren und Bakterien und deswegen lieber Professor Drosten können sie nichts dafür weil das ist einfach der Fehler liegt darin dass wir alle Menschen immer noch die freie Marktwirtschaft den freien Markt und die freie Arbeitsteilung laufen lassen so wie wir Godzilla oder als würden wir Godzilla und Tyrannosaurus Rex in unseren Städten völlig frei laufen lassen und so viele Menschen töten lassen wie sie wollen und fressen wie sie wollen und wir müssen jetzt endlich wir müssen denen da ein Schutzdach errichten über Godzilla und über Tyrannosaurus Rex sozusagen müssen die ihn quasi mit dem Schutzdach in einen quasi Schutzkäfig einrahmen und eine Lenkung erzeugen durch die Wohlfühlstimme die Gesundheitsdaten die Langlebigkeitsdaten die Wirtschaftswunderdaten und viele andere kleine Steuerelemente und da mit 20 Reformen sozusagen den freien Markt und die freie Arbeitsteilung damit die soziale Marktwirtschaft endlich beenden diesen Horrortrip sozusagen und dann verschwindet auch automatisch die ganze Tendenz zur Gefährlichkeitsüberschätzung und dann werden in Zukunft der Mainstream der Medizine wird nicht noch einmal eine Gefährlichkeitsüberschätzung wie bei der Schweinegruppe und bei Corona nicht noch einmal sozusagen da in Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum hineinrutschen und dann sind wir alle dann ist doch alles in Ordnung oder dann haben wir doch alles dann haben wir doch die beste aller möglichen Welten von der wir im Moment unendlich weit entfernt sind aber wie gesagt wenn sie das als Zuschauer nicht verstehen und nicht überall bekannt machen dann wird sich an der Welt auch nichts ändern so ist es halt das ist das Dilemma das schwierig zu verstehen ist und die Menschheit scheitert eventuell daran dass sie das alles nicht verstehen kann ja so ja das war es schon wieder für die jetzige wissenschaftliche Tagesschau heute wie gesagt noch mal die herzliche Einladung auch in unsere Talkshows zu kommen die ja quasi die Vorstufe derjenigen vollständigen Demokratie pur Talkshows sind die ich ja eben fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen geschildert haben denn das geht natürlich nur solche Abstimmungen oder so ein Wählen innerhalb der Talkshow geht ja nur wenn man ganz viele Zuschauer hat und die dann auch direkt wählen können über irgendeine Wahltechnik oder so das können wir natürlich jetzt noch nicht produzieren so wirkliche vollständige Demokratie sozusagen in öffentlich-rechtlichen Medien kann man das dann machen ja also das war es schon wieder tschüssi bis bald tschüssi 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 tschüssi